Herr Holzey, 10-jährige Hypotheken kosten bereits 3% und damit fast dreimal mehr wie noch vor einem Jahr. Dennoch steigen die Preise für Wohnraum in der Schweiz weiter. Wie lange wird dieser Trend noch anhalten? Nun, wir erwarten, dass die eigenen Preise das nächste Jahr zum Stillstand kommen werden. Aus einer einfachen Überlegung heraus, ein hochqualifizierter Angestellter kann mittlerweile ein Drittel weniger Wohnfläche bezahlen als noch vor einem Jahr und das dürfte die Nachfrage senken. In einem ersten Schritt werden wir erwarten, dass das Angebot zunimmt, weil die Nachfrage schwächelt. Dann dürfte die Zahl der Transaktionen sinken, weil sich Käufer und Verkäufer im Preis nicht einig werden und dann dürften auch die Preise eventuell leicht nachgeben. Wie stark müssen die Zinsen noch steigen, damit sich der Markt spürbar abkühlt und die Preise gar sinken? Also wir sind gerade in der Zinsenpreise jetzt auf einem Zinsniveau, das grundsätzlich nicht mehr in Einklang steht mit dem, was wir an Preisen auf dem Markt sehen. Gerade wenn man uns ins Verhältnis setzt zu den Mieten, die man aktuell beobachtet. Natürlich, wenn jetzt die Zinsen nochmal um ein Prozent ansteigen würden, dann würden die Preise auch nominal relativ deutlich zu sinken beginnen, da es einfach schlicht nicht mehr finanzierbar wäre für viele Haushalte. Die höheren Zinsen dürfen das Wirtschaftswachstum dämpfen, wenn ich gerade abwürgen und führt es nicht zu einer Korrektur? Nun, in der Schweiz haben wir aktuell, sehen wir momentan einen Trend, dass die Zuwanderung zunimmt. Wir warten damit, dass wir ein sehr starkes Bevölkerungswachstum haben werden. Das heißt, die absolute Nachfrage nach Wohnraum bleibt hoch und das dürfte sich auch im nächsten Jahr anhalten. Gleichzeitig bauen wir relativ wenig und das dürfte, unter dem Strich führt das dazu, dass wir eine Korrektur für recht unwahrscheinlich halten im Moment. Gleichzeitig stehen keine Überkapazitäten am Markt und auch die Belählungssituation der Haushalte ist eigentlich komfortabel genug, dass niemand sein Haus verkaufen muss, nur weil die Wirtschaft schlechter läuft oder die Zinsen etwas höher sind. In diesem Fall wäre ein Szenario in den 90er Jahren mit einer Immobilienkrise unrealistisch. Das ist momentan sehr, sehr unwahrscheinlich. Zumindest so lange die Zinsen sind jetzt nicht gerade auf 5 Prozent in die Höhe schnellen. Erstens ist die Transparenz viel höher als damals am Markt, zweitens haben wir keine Überkapazitäten am Markt und wir warten auch jetzt eben nicht, dass die Schweiz in eine Phase der Abwanderung gerät, wie wir es damals in den 90er Jahren gesehen haben. Wie stark werden die Kapitalmarkt- und damit auch Hypothekarzinsen in diesem Zyklus insgesamt steigen? Wo ist das Ende der Fahnenstange? Ja, also wir denken, wir sind schon recht nah am Ende der Fahnenstange, zumindest bei den langfristigen Festhypotheken. Jetzt bei den Geldmarkthypotheken, diese werden noch etwas teurer werden. Wir warten, dass die Nationalbank nächstes Jahr bei 1 oder bei 1,2 Prozent sein wird und dann aber auch auf diesem Niveau bleiben wird. Viel mehr wird es wahrscheinlich im Euro-Raum kaum ertragen, also kaum vertragen. Und damit ist auch das Potenzial in der Schweiz für noch höhere Zinsen limitiert. Und noch mit dem Blick auf die Stadt-Land-Thematik, wie werden sich die Mieten in den Städten und auf dem Land entwickeln? Also die Mieten dürften schweizweit zu steigen im nächsten Jahr, oder noch stärker steigen, als sie dieses Jahr getan haben. Besonders starke Mietpreisanstiege erwarten im Großraum Zürich, in der Zentralschweiz und am Genfersee, wo aufgrund der Knappheit die Mieten bis zu 5 Prozent ansteigen dürften. Ansonsten im Raum Bern und in der Ostschweiz oder im Raum Jura-Bogen dürften die Mietanstiege deutlich geringer ausfallen, wenn überhaupt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017